Musik In Laucham erhielten die drei Karnevalsclubs am 11.11. pünktlich um 11.11 Uhr die Rathauschlüssel. Doch nicht nur die Schlüsselübergabe zum Veranstaltungsbeginn war anders als sonst. Auch der Bürgermeister war ein anderer. Da Roland Polenz verhindert war, übernahm sein Stellvertreter Jörg Rother die Aufgabe, allerlei närrische Geschenke entgegenzunehmen. Die Grünen bei der Karnevalisten stellten fest, dass es noch kein Abbild von Bürgermeister Roland Polenz in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett gibt und erstellten ihre eigene Kreation. Musik Der Kostebauer Karnevalsclubs überreichte einen pflegeleichten Kaktus für das geplante neue Rathaus. Der Karnevalsclub Lauchammer 1974 stellte den Klimawandel in ihren Geschenkefokus und so gab es unter anderem ein Klimapaket der Stadt Lauchammer. Zum Schluss präsentierten die Karnevalisten sogar eine Weltneuheit, den klimaneutralen Bürostuhl. Aber auch der stellvertretende Bürgermeister hatte etwas zu sagen. Ihr seid heute hier, um den Schlüssel zu bekommen. Wie alle Jahre wieder, ich habe es vernommen. Ich gebe ihn euch gern, denn wir ziehen bald um. Hier zu bleiben wäre nämlich dumm. Wir sind im Hochwassergefährdungsgebiet, genannt HK100. Das heißt, seid gewarnt. Nicht, dass ihr euch wundert. Hier stinkt es schon mal. Nasse Füße gibt es auch. Gummistiefel und Boote waren hier früher schon brauche. Deshalb wünsche ich euch Glück. Ihr könnt hoffentlich auch schwimmen. Wir sind eigentlich nicht mehr umzustimmen. Und steht das Wasser euch bis zum Halse dann? Fangt bitte nicht zu jammern an. Ich habe euch gewarnt, aber bleibt ruhig hier. Im Haus gibt es Sekt, aber kein Bier. Es fehlt noch. Ach ja, ganz genau. Mückenberg, Grünewalde, Kostebrau. Hello. Zu guter Letzt spendierte die Stadtverwaltung allen Besuchern Pfannkuchen und Getränke. Bühnewelle, hello. 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 Kostebrau. Hello.